Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei TDFLP, euer G-Ding hier. Wir sind bei Darksiders. Wir sind jetzt... Irgendwo in einem Traum oder so einen Scheiß. Ich hab lange nicht mehr gespielt. Vier Tage oder so. Ich war away. Wir haben unsere dicke Sense am Start. Und... Wir sollen... Ah, wir sollen da irgendjemanden töten, bis wir mit der Störung klarkommen. Keine Ahnung. Ah, erstmal... Oh nee, wir müssen in alle Portale rein. Das sind voll viele. War hier so ein bisschen Rina oder was? Ein Auge. Come with me, bro. Lach leise, du Bastard. So, halten wir gedrückt, um sich auf gegen... Halten sie extra gedrückt, dann kriegen wir seine Feinde. Ja, drücken sie extra gedrückt, um... Da, 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 da. Aha. Okay. Das sind irgendwelche Challenges. Ich hasse Challenges. Das ist richtig dumm. Ich glaube, das war falsch. Leute wie dich ist dies sicherlich keine Herausforderung, oder? Ich glaube, das war falsch. Also, das war richtig, glaube ich. Ja, Mann, das war richtig. Okay, wo sind die anderen? Bam, 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 bam. Okay. Das ist ja easy peasy, lemon squeezy hier. Pam, 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 pam. Get wrecked, son. Den musste ich so machen, das war sweet. Get over here. Okay, easy. Habe ich das jetzt geschafft? Good job. Ich hasse Challenges. Die sind stinken immer so. Hammer. Kann ich dir jetzt ins Auge pieksen? Oder in zwei Thronen? Zur Seite, Mann! Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Ich muss hier durch. Sorry, Termits spielen. Nein, ich muss Darkseiders spielen. Gib mir den gelben. Gib mir den grünen, der mir nichts bringt. Au revoir. Ich gehe wieder. Easy peasy, lemon squeezy. Das war auch keine Challenge für uns. Wir haben die einfach wegrasiert. Badatsch. So. Oh. Oh. Ein Auge. Oh. Calm down, bitches. Okay. Wir konnten doch auch fliegen, oder nicht? Ah, ja. Wir können noch ein bisschen fliegen. Okay, bitches. Let's go. Schwert rein. Badatsch. Nächste Challenge. Was sollt ihr? Was sollt ihr von mir? Okay. Nächstes Auge. Wird easy peasy lemon squeezy bestimmt vor uns. Was muss ich machen? Okay. Okay, das ist ja cool. Muss ich einfach hochspringen und B drücken? Ich suche Gegner. Ich suche Gegner. Keine Opfer. Boah. Bütz. 30 Stück. Boah, ey. Okay. Fuck smashing. Sack. Okay, okay, okay. Ja, das geht ja gut, Alter. Das ist ja hier prima prächtig, alles. Klar, hab ich mal alles gemisst. Oh, ich glaube, die sind so schön. Nicht weglaufen, Mann. Das ist ja auch cool, wenn man so ein Multicombo-Ding machen könnte. Wenn man so zwei Rot hat. Und dann so. Ja, okay. Der Ding jetzt. Easy. Und dann noch so die anderen irgendwie so in der Combo. Ja, einfach weg mit euch. Das wollt ihr machen? Ihr habt von mir weggesnackt. Einfach just like that. Get over here, son. Geil, er seinen Kopf einfach aufpackt. Das sieht so süß aus. Oh, mein Name, der hat richtig hart gejuckt. Immer noch. Aber ich will den in der Luft so packen. Das geht nicht. Erlässt mich nicht. Na ja, komm. Alle zerplatzen hier. Ah, hab ich jetzt auch noch einmal so? Ne, ich hab einmal alles so mitgenommen, aber... Die sind ja nicht gestorben. Komm, wir nehmen mal mehrere. Wir haben mal mehrere gewohnt. Holy shit! Wow, wow, wow! Auf einmal kommt hier der big guy! Aha, aha! Get on my level, son! Booyah! Guck dir das an! Boah, Alter, ich hab kein Bock auf den. Wo sind die Fliegeteile? Nein, komm her! Viel zu stark, man. Der ist viel zu mächtig für mich. Uh! Ich brauch Leben. Ich brauch Leben von mir abgezogen. Boah. Oh nein, noch einer! Geh weg! Boah, geht weg von mir! Noch drei! Boah! Boah, noch zwei! Nein, doch! Noch zwei! Nein, geh weg! Perst euch von mir! Ich brauch hier weg! Ich brauch hier weg! Huh! Speed off! Noch einer! Oh, piss dich! Oh mein Gott, da war einer! Das war einer! Ja! Ja, Mann! Wuuuuh! Genau! Knieet vor eure Meister nieder! You bitches! Huuuuh! Auge! Get over here! Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt! Na also, gib mir den Label! Aber das Gelbe brauchen wir nicht! Boah! Das war richtig AIDS! Die Challenge, die war richtig AIDS! Richtig AIDS! Okay! Weiter nach vorne! Weiter und weiter und weiter! Und immer weiter! Jawoll! Nächste Challenge! Let's do this, bitches! Was muss ich jetzt machen? Wieder in Auge! Surprise, surprise! Surprise, motherfucker! So, und jetzt? Vergiftet! Töten Sie 50, motherfucker! Okay, wir werden sehen, dass es gut ist! Huh? Wie vergiftet! Wie nicht vergiftet sein! Vergiftet sein stinkt! Ja, ich glaube, hier kommt unsere dicke Sense zum Einsatz! Ja, weil wir Multiple Enemies auseinandernehmen können! Ja, ich glaube, hier ist schon witzig, das Ding, ne? Noch mehr Gegner! Ja! Noch mehr Gegner! Da ist schon wieder! Joach, der wird mal auseinandergedrückt! Button Smashing! Boah, er hat mich angegriffen, darf ich mal bezahlen! His death will be painful as fuck Nein Get on my level bitch So, komm her Loil, wie weit die flogen sind Wir haben aber so ein Ding hier Wo sind die Gegner? Voll wenige Ich brauch mehr, ich brauch mehr, ich brauch mehr Ich brauch mehr Was ist denn das für ein Ding, was wir das machen? Zack Auseinander, genau Aaaaaahhh Bitches Und zum Schluss kommen bestimmt die Dicken Ja, klar Okay Sense gegen Cop Ja Also Noch 10 Jetzt geht's los Jetzt Geh Oh Das stinkt richtig, dass hier alles vergiftet ist Stink nach Scheiße Ja Aber hier ist auch irgendwo ein fetter, ja man, ich wusste es Boah, Alter, geh doch mal schneller in meinen Körper rein Ja klar, der überlebt das Na klar Gib mal so ein Lebensding, Alter Nur so eine Lebenskiste an meinen Sack kleben hier Sehr gut Okay Äh Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt Normal Normal, 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 normal Ich geh mal so einen gelben Jetzt geh mal so einen grünen Ah, jetzt gehen wir nach Hause Nein, ich hätte noch einen grünen nehmen sollen Aber wir sind sowieso full HP We so full HP We so full HP We so full HP Okay Da zum letzten Ankerpunkt Nein, Volgrim, du kriegst meine Seh'n nicht Kannst du mir nicht dienen Gib mal ein bisschen Stuff umsonst Weiß nicht Epic Stuff Epic Shit For free For free, son So, und jetzt Was? Was muss ich... Uh So viele Tote Muhahaha Geh, was geht ab Besiege die Feinde innerhalb der Feuer Für die Ferneinhalbzeit auf der Oberrinde Geh, los Kamen, du Bitches Kommt alle Kommt alle Kommt alle um mich rum Alle, 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 alle Vier Stück habe ich nur getötet damit Das braucht... Ich muss auf jeden Fall upgrade Ich brauche eine fette Reichweite auf dem Ding Das ist ja voll der Witz Ah, ich hoffe es gibt so etwas wie eine fette Reichweite Ich habe einfach so vier Typen damit kaputt Dohle Garde ey Fuck dir nice Fuck dir nice Fuck dir nice Ah, das macht Spaß zu zersägen Zack 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 Ja, keep him Keep him on the top Ja, wie hat der mich denn getroffen Ja, wie hat der mich denn getroffen Ist klar Na klar Er trifft mich Er trifft mich schon wieder Daun 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 Na klar Nein, geh weg von mir, du fettes Stück Scheiße, Mann Auf dich habe ich echt kein Verlangen gerade, Thaddy Och, alter Wie ist ich von meiner Seite Na, also Oh Zur Seite mit euch Ach, bald dann Warum öffnet sich das Tor nicht jetzt Gut Job Gut Job, Tor Gut Job Ja, man, wir haben es geschafft Oh, Block gegen Angriff Kriegsabwehrinstinkt ist sehr wach Dadurch kann er körperliche Angriffe und Schussangriffe abwehren Drücken sie dazu kurz vor dem Einschlag RB Okay Okay Das wird Ausgezeichnet Ist das so ein Konter wie bei Assassin's Creed Dump So und boah, so der so von Mighty ist und boah, alles auseinander nimmt Okay, geh mal den gelben jetzt hier Alles klar, zurück in die Hood, Mann Ich will es mal jetzt mal ausprobieren Das muss der letzte von ihnen gewesen sein Normal Lass uns von ihr verschwinden Okay, let's go Ach, da vorne Ich will aber den Kotter mal ausprobieren Du Pisser Ach Ah, wir müssen wieder das Horn blasen Da-daaaaaaaaaan Ok Miskillen up Peace out bro! Nice, butt! verwüßte dieser erhöht den schaden den krieg bei angreifen mit umgebungswaffen verursachen das heißt mit unserer sensor oder was waffenerweiterung müssen der waffenschmiede im kriegsgepäck den waffen zugewiesen werden okay das heißt aber das wollen wir auf die sense machen oder nicht gewährt sehen für das zerstören von umgebungswege oder irgendwas ja wir kriegen sehen wenn wir alles gut ist das aber da haben wir ein artefakt ok gut weiter gehts so muss ich hier rein oh unsere klinge leuchtet jetzt nila nice well done well done bitches komm her an deinem kopf und an deinem kopf was ist das hier ah diese blauen sehnteile und noch einer come over here na also so wo ist der ich würde da gerne was ausprobieren ja nein falsch wer greift jetzt an bam nein jetzt bin ich gesprungen uuuuuh und dann soll ich so direkt counteren oder was und bam 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 ich brauche mal einen stärkeren Gegner um das hier auszuprobieren mach die Tür auf jetzt hier zur Seite knock knock big boss Krieg is coming los geht ab ok los kann man mal level ah ja ja ich hoffe das geht auch bei den dicken Gegnern weil das wäre echt wichtig dass ich der so kurz stun kann und dann oh seht ihr das meint dass man nicht so einen Doppler machen kann das geht ja schon easy peasy gegen solche Gegner hier wow das war aber hier eine kombo jetzt die mich hier rausgehauen haben so der geht da und der geht da und der geht da und der geht auch gleich so weiter geht er da peter oh wir sind schon wir haben wir sind schon so weit ja gut dann das hat ja gut geklappt mit den ganzen Challenges das war ja alles machbar unser Schwert ist jetzt lila das freut mich das erfüllt mein Herz mit Freude und wir sehen uns in der nächsten Folge meine übergeilen Pelikane vielen Dank fürs Zuschauen haut rein bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.